Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich zusammen mit der Alexa und dem Nico eine Runde Aram. Ja, ich habe meinen geliebten Master Yi bekommen, also kann eigentlich nichts schief gehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bildungslücke hoch. Achso, ja das kann sein. Aber erst noch Flamen. Flamen ist gut. Muss sein. Weckschmer. Nico braucht das. Wenn Nico nicht geflampt wird, ist man nicht glücklich. Das hat er mir in meinen ruhigen Minuten verraten. Aber ich habe hier noch nicht gespielt. Und das ist irgendwie ein bisschen zufrieden. Was meinen da jetzt? Ach Karin. Hast du den Champion sowieso nicht. Oh. Ähm. Der Fernseher kaputt gemacht. Musst du immer alles kaputt machen, ey. Genau wie dein Deftler. Beide gleich schlimm. Wir haben schon wieder so ein besorgenes Pferd. Der Ekerim kennt auch nur eine Richtung. Nein. Mhm. Das ist aber schlecht. Also für die. Nein, das war's tot. Hm. Oh, ne weh. Komm doch, Horn. Komm doch, Horn. Ah. Ich sollte mir das wieder abgewöhnen, dir zu schreien, ne? Ja. Ein Menschen im TS reicht doch eigentlich. Eigentlich schon. Der Kameru ist weiter zu sein, wenn du die Zeit hast. Ah. Ah, ne. Ich wollte ja nicht mehr. Hattest schon wieder vergessen. Entschuldigung. Außerdem ist er ja auf mich gerannt, nicht auf dich. Ja, natürlich. Ich habe für dich mitgeschrien. Ah, ist aber nett. Ach, ich habe hier die Tentakel am Arsch. So Mist. Ich glaube, dass man mir Angst schweißt. Zwei HP. Easiest game of my life. Ey, du brennst wohl. Ja. Ich brenne vor Lightshot. Nein. Karma. Ich hasse, ich hasse. Ich hasse Karma. Aber ich habe es nicht alles. Hast du Karma? Ich glaube, der muss die Ohrenat. Ist das für mich hoch? Ich weiß, was ich zu sagen will. Er meditiert schon, vielleicht hört er dann besser. Rico? So heißt doch auch der Typ aus Dingens, ne? Wer ist denn das, wo die Käfer die Erde angreifen? Was für die Käfer? Na, die Käfer. Du weißt, was ich meine. Vielleicht. Oh, killt das doch nicht. Ich würde sie nie wissen, wie das funktioniert. Ja. Aber das gibt 5 Gold. Alter. Ich würde sie nicht. Jetzt lasst euch doch gerade nicht alle von diesem böden Pferd alle machen. Taktik des Todes. Wie ein Bekloppte an die Gegner reinrennen und alles töten. Ekalte. So. Cool, danke. Hab ich nen Trank bekommen. Eure Sona. Wie's Kumpel, sagst du? Alter, Ram ist das jetzt der fucking Ernst, ey. Was? Ich hab gerade versucht, deinen Chat zu lesen. Ja. Aber ich hab das nicht kapiert. Au. Was haben wir so lege gefangen? Jeden bisschen. Okay. Geh da doch schon mal ran. Bei Ram doch nichts Neues. Willkommen an der Grabung, Chef. Es gab noch andere. Äh. 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 Wieso war Star Wars, Star Wars, Stargave. Ach, Jedi. Ha. Jetzt hab ich's kapiert. Ab heute wirst auch du mich Meister nennen. Das glaubst du aber auch, Noto. Oh manno, mach doch mal. Mach's schon bei Niko nicht, also warte nicht, dass Niko das passiert. Das klang aber jetzt so schön böse. Master. Master. Der Master hat noch fünf Sekunden bis Ult. Hey, mein Ulti braucht doch noch viel länger, bis sie ab ist. Hallo. Ja, warte doch mal auf mich. Warte doch mal. Pony hat ja auch verlorgestellt. Ja, wo, wo willst du denn hin? Warte mal, warte mal, warte mal. So. Ne? Doch, ich hab nicht den ersten Teil gemacht. Was ist? Oh, wie geil. Oh, ey. Dieses hießen, wollen die Pentas sowieso nicht so laufen, ey. Ja, das Ding hier. Was ist denn auch nicht? Guck mal, da ist das ein bisschen. Ah, ich glaub, das ist zu spät, ne? Ja, ist zu spät. Wo dich denn jetzt einfach eh greifen will? Zehn, ach, du wohnst. Nehehe. So, I go shopping. Haha, das muss ich gar nicht sehen. Oh. Boah, sogar getroffen. Alter, auch ne geile Range. Ich guck dir nicht den Schlamm an, damit. Oh, ihr seid jetzt aber schön vorbereitet hier für die Gegner, ey. Ja. Komm zu Papa, komm, komm, komm. Schön zu Papa rammen. Oh, jetzt muss ich erstmal heilen. Ja, reicht nicht. Au. Überfahren. Ja. Komm, 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 komm. Hast du gleich ne richtig pralle Unschi? 20 erst. Wow. Oh. 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 Fail! Aaaaah! Anderten. Ich wollte Nico helfen, aber das ging alles zu schnell. Neukampf mit dem Tentakel. Ja. Ich glaube aber, weil die Tentakel böse sind, gewinnen die. Ja. Das kann sein. Da ist so ne Sona drin. Ja, meine Q sind nachher geflogen. So. Auch wenn ich eigentlich kein Damage machen dürfte. Hör doch, das hat jeder Baby. Tschüss. Ja. 4 Sekunden. Oh, wir warten auf das bis auf ne Pferd. Hm. Oh. Hehehehehe. Warum ist das Bauma das da nicht funktioniert? Der hat seine Ult gefailt. So. Da kann ich noch jemanden, der... ... so total schärfen muss. Ich glaub das ist nicht schwer, wenn die seine Mane hat. Doch, doch, Aram ist immer schwer. 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 Ja, ein nice feuer aber. Hehehehe. Ich hab die Buchse voll, wa? Ich hab den ehdisch, sie iswenden. Krass bei dir. Oha. Justin, Justin! Oha, das war echt los. Schade, ich hätte es dir ja vielleicht gekönnt. Aber nur vielleicht, ne? Ja. Stop. Der LSD ist umgefallen. War er schon wieder kaputt? Ja. Naja, Arcade gegen Arcade, ne? Na ja, ne? Schöne Ultisona, richtig schön. Au. Oh. Ich würde sagen, jetzt können wir ruhig schlafen gehen. Ja. Ich habe zwar keinen Schaden gemacht, aber egal. Ah, wir brauchen Damage. War ein pralle Ulti-Shot. Ja, meine lieben Zuschauer. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch, bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ran. Ja. 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 Ja.